Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Wer ständig von Gewalt redet, wer andauernd Kampfansagen macht, darf sich nicht über den Gewaltanstieg in unserem Land wundern. Gerade politische Extremisten und verantwortungslose Populisten sind diejenigen, die den Boden für die tatsächliche Gewalt in unserem Land breiten. Der plumpen rechten Hetze der AfD schlägt rohe linke Gewalt entgegen. Das Jahr 2017 hat deutlich gezeigt, wir haben ein Problem mit rechter und linker Gewalt. Die Brutalisierung der Sprache ist bekanntlich die Vorstufe zu Gewalt, und dazu hat auch die AfD im Wesentlichen beigetragen. Dass der Ton heute aggressiver und rauer ist, dafür hat sie gesorgt. Ihre Parteifunktionäre stoßen auf Marktplätzen und in Onlineforen wüste Beschimpfungen gegen die politischen Gegner aus. Sie bezeichnen Justizminister Heiko Maas als Ergebnis saarländischer Unzucht oder Angela Merkel als Zitat alte Fuchtel. Die AfD organisiert Busse, um ihre Anhänger zu Anti-Merkel-Demo zu können, wo sie gegen die Diktatoren pfeifen und brüllen. Demolierte Plakate, Pfeifkonzerte, Übergriffe, das war der Wahlkampf 2015, den ich so erlebt habe. Bundesweit wurden Politiker der bürgerlichen Mitte verbal und körperlich angegriffen. Der Vorsitzende meiner CDU in Thurgau, meiner Heimatstadt, wurde von AfD-Plakatträgern als Schwein beschimpft und mit Arbeitslager bedroht. CDU-Helfer im thüringischen Wacher wurden nach einer Wahlkampfveranstaltung brutal zusammengeschlagen. Unsere CDU-Fahrzeuge wurden mit heißem Teer übergossen. Auf meinem Bürgerbüro in Eilenburg wurde mit einem Lichtschachtdeckel am helllichten Tage die Scheibe und die Tür eingeworfen. Zum Glück war zum Zeitpunkt meine Mitarbeiter auf einen Außentermin. Ich selber habe eine anonyme Bedrohung bekommen. Nachts an meinem Fahrzeug wurde diese platziert. Nachweisbar ist die Zahl der Übergriffe gegen Mandatsträger im Jahr 2016 mit 1.643 Delikten. Diese Entwicklung ist besorgniserregend. Denn der diffuse Hass, der dahintersteckt, der richtet sich nicht persönlich als Person an Marian Wendt oder an Kollegen unterlegen, sondern an die Repräsentanten unseres demokratischen Systems. Es sind Attacken gegen den bürgerlichen Konsens, gegen die Ideen, für die wir uns eigentlich stark machen hier im Hohen Haus. Es sind somit Angriffe auf die gesamte Gesellschaft. Wie eingangs erwähnt, gefährden die Angriffe von links die Demokratie genauso wie die Angriffe von rechts. Das wissen wir auch ohne die AfD. Längst vor den Ausschreitungen während des G20-Gipfels in Hamburg habe ich in mehreren Plenarreden der vergangenen Wahlperiode deutlich vor der Unterschätzung des linken Gewaltpotenzials gewandt. Auch die Barrikaden und Steinewürfe vom letzten Wochenende in Leipzig-Könnewitz haben wieder und leider wieder einmal bestätigt, wir haben ein Problem mit Linksextremismus, und diese bedroht unsere Demokratie. Aus unserem Einsatz als Unionsfraktion gegen die linksextremistische und rechtsextremistische Gewalt haben wir nie einen Hehl gemacht. Für uns ist ganz klar, diese Gewalt bekämpfen wir ganz klar mit einer Aufdruckung der Polizei, mit maximaler Unterstützung für Ermittlungsbehörden, Einsatz von Vorratsdatenspeicherung, intelligente Videoanalyse, Funktionenabfrage. Das sind die effizienten Mittel, die wir für eine kompromisslose Kriminalitätsbekämpfung benötigen. Und, meine Damen und Herren, es gibt noch ein ganz einfaches Mittel, wie wir politische Gewalt in unserem Land eindämmen. Es beginnt hier bei uns, in unserem Hause. Es fängt damit, dass wir verbal abrüsten, dass wir uns beruhigen, dass wir vielleicht einmal überlegen, bevor wir auf den Sendenknopf drücken, und immer uns bewusst sein, dass wir die Meinungsmacher und die Meinungsführer in diesem Land sind. Und wenn wir Scharfmacherei betreiben und mit Populismus um uns werfen, dann werden das andere Menschen in diesem Land leider als Aufruf zur Gewalt nehmen. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir alle gemeinsam unserer Verantwortung bewusst sein, verbal abrüsten und dass im nächsten Jahr die politische Gewalt und der politische Extremismus in unserem Land weniger wird. Vielen Dank.